Herzlich Willkommen, wir stehen hier im Innenhof der Firma Karo-Kanal-Reinigung AG in Zürich-Öhrlikon. Vor rund 12 Jahren wurde die Firma von Lukas Eschlimann gegründet. Schon im darauf folgenden Jahr wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Bei uns stehen derzeit acht Fahrzeuge im Einsatz. Wir sind eingerichtet für Reinigungsarbeiten an Abwasserleitungen im Durchmesser von 30 mm bis 1 m. Das heisst, wir reinigen sämtliche Abläufe in Wohnungen, spülen Haus- und Strassenkanalisationen. Mit unseren diversen Kanal-TV-Kameras können wir Leitungen im Durchmesser von 20 mm bis 1,5 m inspizieren. Mit unserem LKW werden Schächte, Leitungen oder auch überschwemmte Keller abgesaugt. Karo-Kanal-Reinigung AG bietet dem Kunden einen 24-Stunden-Notfallservice. Wann immer Sie unsere Hilfe benötigen, wir sind zur Stelle.